Gut, dann haben sich jetzt alle eingewählt. Die restlichen werden noch dazu trudeln. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Webinar unserer Webinar-Reihe zur Nachhaltigkeitsanalyse. Ein Produkt der RegionalWert AG Freiburg. Mit mir sitzen hier Christian Hiss, der Vorstand der RegionalWert AG Freiburg, Eric Weibel, er kümmert sich um das ganze Produkt der Nachhaltigkeitsanalyse und Jonas Wolof ist für die IT zuständig. Mein Name ist Christabella Rappold. Ich bin für die Administration und Koordination für die ganzen RegionalWert an Leistungen zuständig. Ganz kurz zum Ablauf. Zu Beginn wird Christian Hiss einige Worte zur RegionalWert AG Freiburg sagen und auch die RegionalWert-Nachhaltigkeitsanalyse einführen. Dann wird Eric Weibel übernehmen, also Eric Weibel und Jonas Wolof und eine Live-Analyse durchführen. Und abschließend ist noch genug Zeit für Ihre Fragen und auch Diskussionen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne die Frage- und Antwortfunktion nutzen. Das finden Sie unten in der Leiste. Bei allgemeinen Themen, wenn zum Beispiel Sie uns nicht verstehen, zu schnell gesprochen wird oder irgendwie das Bild nicht in Ordnung ist, dann können Sie das gerne in die Chatfunktion schreiben. Wenn Sie was sagen möchten, dann können Sie die Hand heben. Wir nehmen sie dann dran. Die Fragen werden am Ende dann in der Fragerunde geklärt. Also nicht wundern, wenn Sie im Laufe der Präsentation schon eine Frage haben und wir sie nicht direkt dran nehmen. Genau. Wir haben auch Folienseiten. Das heißt, Sie können sich dann auch gerne auf die jeweilige Folie beziehen. Noch eine ganz kurze Anmerkung von unserer Seite. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie eine nicht-anonyme Frage stellen oder einen Wortbeitrag machen, so erklären Sie sich auch mit der Veröffentlichung einverstanden. Genau. Jetzt übergebe ich das Wort an Christian His und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, herzlichen Dank, Chrisabella, für die Einführung. Vielen Dank für Ihr Interesse, am Webinar teilzunehmen. Webinar zur Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse. Es ist die zweite. Wir haben auch Gäste aus Schweden. Wir haben Gäste aus Österreich, aus Nordrhein-Westfalen und freuen uns sehr über die rege Teilnahme. Ich darf jetzt einiges Einführendes sagen zu Regionalwert AG selbst, dass Sie wissen, mit wem das Sie zu tun haben. Regionalwert AG Freiburg wurde vor 14 Jahren gegründet mit dem Ziel, sozusagen regionale Wertschöpfungsräume aufzubauen. Das funktioniert so, dass Gürtelinnen und Bürger Aktien der Regionalwert AG kaufen und damit Verantwortung übernehmen für ihre Region. Dieses Aktienkapital investiert die Regionalwert AG in kleine und mittlere Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das ist uns sehr wichtig, dass wir nicht nur in Landwirtschaft investieren, sondern die gesamte Wertschöpfungskette in der Region aufbauen. Und Regionalwert AG organisiert das Zusammenwirken von Kapitalgebern, also Konsumentinnen und Konsumenten und den Partnerbetrieben zum Aufbau eines regionalen Wertschöpfungsraums. Also es ist eine Prosumenten, sagt er neuerdings, Prosumenten-Initiative. Unsere Ziele, nochmal kurz und bündig, regionale Ernährungssouveränität wollen wir herstellen. Wir organisieren einen Gesellschaftsvertrag zwischen Konsumenten und Produzenten. Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft ist ja in aller Munde. Und wir meinen, dass wir da schon sehr viel vorgearbeitet haben, vorwiesen haben und dass wir auch schon ein grobtes Konzept haben. Ein großes Ziel ist, die gesamte Wertschöpfungskette in der Region aufzubauen und vor allem zu vernetzen, sodass die Produkte dann auch in die Einzelhandelsgeschäfte und die Verarbeitungsbetriebe aufgenommen werden. Und von Anfang an, schon vor 14 Jahren, haben wir gesagt, dass die sozialen und ökologischen Leistungen der Betriebe einen Wert bekommen müssen. Sie müssen in irgendeiner Weise bewertet werden. Und wir haben hier jetzt eine jahrelange Forschung und Entwicklungsarbeit hinter uns. Und auf dieser jahrelangen Forschung und Entwicklungsarbeit basiert eben auch die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse, die wir dann gleich eben vorstellen. Ganz wichtig ist, Regionalwert-AG gibt es nicht nur in Freiburg, sondern mittlerweile auch im Rheinland, in Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg und neuerdings in Bayreuth-Oberfranken. In Zahlen geschätzt, wir haben jetzt keine genaue Erhebung, aber so geschätzt, sind mittlerweile 10 Millionen Euro über die Regionalwert-Aktie in ökologische Regionalentwicklung geflossen. Und so schätzungsweise 3.500 Bürgeraktionärinnen und Aktionäre sind bundesweit engagiert, in Regionalwert-AG engagiert. Weitere Regionalwert-Aktie entstehen im Moment in Bodensee-Oberschwaben, Krems-Österreich, Münsterland, Unterfranken, Bremen-Niedersachsen, Neckar-Odenwald und Luxemburg arbeiten an der Gründung einer Regionalwert-AG. Und hier sei auch zu erwähnen, das wird man dann auch mal in die Folie packen, ganz, ganz frisch, jung wird derzeit die Regionalwert-Impuls GmbH gegründet, die dann von Stefan Goethe, dem als Geschäftsführer geleitet wird. Stefan Goethe ist Aufsichtsratsvorsitzender der Regionalwert-AG Einland und die Regionalwert-Impuls GmbH wird zukünftig die Regionalwert-AG in Deutschland vertreten und auch die Initiativen betreuen, die in Gründung sind. Vielleicht so viel von Regionalwert-AG als Unternehmen, als Bürgerunternehmen, wie eben schon gesagt, haben wir die letzten Monate, Jahre, ich gehe auf jahrelange Entwicklungsarbeit zurück, aber die letzten Monate dann eben die Regionalwert-Nachhaltigungsanalyse entwickelt und bieten das jetzt eben Landwirtschaftlern und Betrieben an. Das können ökologische Betriebe sein, das können konventionelle Betriebe sein, ist für alle interessant. Und vor allem eben über das Partner- und Witzwerk der Regionalwert-AG hinaus, wollen wir das anbieten als Instrument, wie landwirtschaftliche Betriebe ihre Nachhaltigkeitsleistungen eben erfassen, bewerten lassen können, so dass sie eine Auswertung, eine Analyse, Auswertung und Bewertung über ihren Betrieb haben. Der Status quo ist, der Hintergrund ist, warum wir das auch schon vor vielen Jahren aufgegriffen haben, ist, dass soziale, ökologische Leistungen nur wenig attraktiv sind in der Landwirtschaft. Erstens, weil sie nicht systematisch erfasst werden bisher oder kaum. Es gibt schon veranzelte Instrumente, aber nicht sozusagen über alle Dimensionen hinweg. Wir reden ja gegenwärtig viel von Wertschätzung. Die Landwirtschaft, die Landwirte, auch die Verbände verlangen mehr Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft und ihrer Arbeit und den Produkten. Wir sind der Auffassung, dass es stimmt. Aber man muss genauer, muss in der Lage sein, genauer berichten zu können als Betrieb, was geleistet wurde. Letztendlich, man kann das niemals pauschal sagen, sondern man muss, wir sind aufgefordert, als Landwirtschaftlerbetrieb da genauer einzusteigen, genauer seinen Betrieb zu analysieren und der Gesellschaft eben berichten, was welche Werte geleistet wurden. Ein großes Problem, an dem ich auch seit vielen, vielen Jahren, fast schon 20 Jahren leidenschaftlich arbeite, weil ich das schon sehr früh in meinem praktischen, eigenen, praktischen ökologischen Betrieb als echtes Defizit, als echtes Manko der betrieblichen Erfolgsrechnung, das heißt Buchhaltung und Bilanzierung empfunden habe. Soziale, ökonomische Leistungen sind nicht Teil der üblichen Buchhaltung und Bilanzierung. Und das größte Problem ist, dass sie trotzdem genutzt werden und ja eigentlich auch Betriebskapital sind. Aber dazu später mehr. Sie sind schwer quantifizierbar. Viele Wertigkeiten, viele Leistungen sind schwer quantifizierbar. Und doch haben wir jetzt doch jahrelange Forschungsarbeit bewiesen, dass es möglich ist. Und ein großes Problem eben ist, dass es so gut wie keine finanzielle Wertschätzung gegenüber diesen besonderen Leistungen der Betriebe gibt. Die Folgen davon, daraus ist die Nichtbeachtung sozialer, ökologischer und regionalökonomischer Leistungsfaktoren in der Landwirtschaft. Da die tatsächlich erbrachten Leistungen bisher nicht erfasst und damit offengelegt werden können, auch nicht kontrolliert wird, ob natürliche und soziale Vermögenswerte verloren gehen. Wir haben dann immer nur dann auch die volkswirtschaftlichen Berechnungen, aber nicht die Betriebswirtschaft, sondern die volkswirtschaftlichen Berechnungen, wie viele externe Schäden, Verlust von Risiken entstanden sind, wie neuerdings, liegt es seit ein paar Monaten vor, die Studie von Boston Consulting Group, die dann mal berechnet haben, dass die deutsche Landwirtschaft pro Jahr Schäden und Verluste in der Größenordnung von 90 Milliarden Euro verursacht. Ja, die Volkswürde und so weiter, die rechnen dann die Schäden aus, aber in der Betriebswirtschaft nah am Betrieb, am Einzelbetrieb und vor Geschäftsjahr haben wir keinen Nachweis, weder der Leistung noch der Risiken. Und so könnte man auch sagen, man kann überhaupt nicht beurteilen, wie die Versorgung der Nahrungsmittel ist oder ob sie bedroht ist, ob die Ressourcen genügend geschont und aufgebaut werden, die wir brauchen, wie zum Beispiel Bodenfluchtbarkeit, Biodiversität, genetische Ressourcen, auch so ein frühes leidenschaftliches Thema von mir, also Adput, genetische Ressourcen, Pflanzenzüchtung. Das ist sozusagen alles, wenn überhaupt, nur in der Volkswirtschaft, aber nicht in der Betriebswirtschaft und für den Einzelbetrieb rechnen. Und da stoßen wir rein, da gehen wir rein und meinen auch, dass hier genauer ein Betrieb seine Leistungen nachweisen kann. Je mehr Anerkennung aus der Gesellschaft, kann man auch erwarten. Wenn er selbst nicht in der Lage ist, seine Wertigkeiten nicht differenziert nachzuweisen, kann er auch nicht erwarten, dass die Gesellschaft dann Kunden, ja zum Beispiel, dass die dann sagen, klar, geben wir dir mehr Geld zum Beispiel, weil ein toller Typ ist, sondern dass es dann erst dann funktioniert, wenn ein differenzierter Nachweis über die Leistung vorhanden ist. Wir sehen das auch als Grundlage für eine politische Diskussion und politische Initiativen, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dem neuen Vorschlag der EU-Kommission Farm to Fork, den wir, auch ich als spektakulär empfinde, nach so vielen Jahren Auseinandersetzung mit den Themen, kommt die EU-Kommission jetzt mit einem Vorschlag, den ich schon auch großartig empfinde. Wie gerade eben schon angedeutet, haben wir die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse als erste Stufe unserer Operationalisierung von sozialen, ökologischen und regionalwirtschaftlichen Leistungen entwickelt. Und damit erfassen wir solche Leistungen. Wir bewerten dann auch anhand der eingegebenen Werte die betriebliche Nachhaltigkeit objektiv und vergleichbar mit anderen Betrieben. So eine Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse ermöglicht auch, über die erbrachten Leistungen zu kommunizieren. Wie gerade eben gesagt, auch schon gegenüber Konsumenten, aber auch Abnehmern wie Händlern und so weiter. Man bekommt einen guten Überblick über den eigenen Betrieb. Die Bewertung deckt auch betriebliche Risiken auf, denn kein Betrieb ist immer nur im Optimum. Das wissen wir, das weiß er selbst. Man hat in der Betriebsführung immer Themen offen auf eine gewisse Art. Man rennt immer dem Anspruch hinterher, dem eigenen Anspruch und auch dem gesellschaftlichen Anspruch. Aber wir haben jetzt so ein Instrument entwickelt eben, dass man im Betrieb den Betrieb besser beurteilen kann und sieht, wo hat man hohen Handlungsbedarf im sozial, ökologischen und regionalwirtschaftlichen Bereich und wo ist man schon ganz gut, sodass man auch dann besser steuern kann. Jetzt wird es genauer. Die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse ist ein Selbstcheck. Wir verwenden über 100 Leistungskennzahlen. Ein Teil davon wird Erik gleich vorstellen. Ausgewertet wird in zehn Kategorien wie Bodenfurchbarkeit, Wissensbildung, Regionalwertschöpfung, aber auch regionale Resilienz, Wirtschaft, Souveränität ist sehr wichtig. Auch in diesen Zeiten, in Krisenzeiten, zeigt sich auch, dass das ein wichtiger Wert ist, ein wichtiges Vermögen darstellt für den Betrieb. Wenn man mögt, dass souverän ist, unabhängig, nicht autark. Es wird immer wieder mal verwechselt mit Autarkie. Wir favorisieren nicht den autarken Betrieb, sondern den souveränen Betrieb. Das ist qualitativ etwas anderes. Und mit der Auswertung, die Sie erhalten, nach Durchführung, ergeben wir auch Empfehlungstexte für die einzelnen Kategorien. Also wenn Bodenfurchbarkeit eher schwachgrün ist oder eher rot ist, dann tauchen automatisch Empfehlungstexte auf. Wie erfolgt die Bewertung? Du kommst erst mal live, Erik. Wie erfolgt die Bewertung? Die Kennzahlen, die eingegeben werden, werden miteinander verrechnet automatisch. Da haben wir eben ein Tool gebaut. Sie werden an Grenzwerten gemessen. Diese Grenzwerte haben wir mit Expertinnen und Experten erstellt. Immer wieder überprüft. Und die lassen es ja auch wieder überprüfen. Aber wir meinen, dass wir jetzt ganz gute Werte haben. Es ist viel Zuarbeit reingeflossen, auch von den anderen Regionalwärter Gs. Hier auch von Expertinnen und Experten, die schon lange an den Themen arbeiten. Und vor allem auch Landwirte und Landwirte haben beigetragen, um da sinnvolle Grenzwerte zu finden. Wir bewerten in fünf Stufen, werden Sie gleich sehen. Die Inhalte, die Grenzwerte, und zwar da fußen auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren ein gutes Team zusammen, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und können da auch viele Grenzwerte dann aus Wissenschaftlern arbeiten, ableiten zu nachhaltiger Landwirtschaft. Jetzt gibt es die Regionalwertnachhaltigkeitsanalyse live. Ich bin absolut in der Zeit. 15 Minuten haben mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben. Und ich bin punktgenau gelandet. Und jetzt wird es spannend, eigentlich spannend, bitte. Jonas erst. Es kommt erst Jonas. Und bitte sehr, Jonas. Jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Das ist die Homepage regionalwertleistungen.de. Und jetzt teilen wir die Live-Analyse in zwei Teile auf. Ich werde den kaufmännisch-administrativen Teil übernehmen. Und Erik Weibel in dieser Live-Demonstration ist der Betriebsleiter und wird dann den fachlichen Teil übernehmen. Ich gehe auf der Homepage zu dem Reiter Nachhaltigkeitsanalyse. Ich sehe hier eine Übersicht über die Funktionen, die Kategorien der Nachhaltigkeitsanalyse. Welche Vorteile es nochmal bringt. Übersichtlich aufgeführt. Und gehe jetzt auf die Schaltfläche jetzt durchführen. und sehe auf dieser Seite nochmal etwas formaler die organisatorischen Punkte. Die Kosten dafür 200 Euro netto. Das ist der Einführungspreis bis Ende des Monats. Wenn wir verlängert haben, die Zahlungsweisen mit Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung und Lastschrift. Und dass sie sich im Wesentlichen an den deutschsprachigen Raum richtet. Die Durchführung ist quasi auch in zwei Teilen aufgeteilt. Den ersten übernehme ich, die Anmeldung zur Teilnahme. Und dann der zweite Teil wird mein Kollege Erik Weibel übernehmen. So und jetzt starten wir auch direkt mit dem Bestell- und Kaufvorgang. Und ich werde jetzt ein paar Demo-Daten eintragen. Als Rechnungsadresse gebe ich meine eigene ein. Und als Anschrift, dieser Betrieb ist an der Hauptstraße 1 in der Postleitsaar 12345 in Musterhausen. Der Betrieb ist in Deutschland. Hier sehen Sie auch nochmal den Einführungspreis plus Mehrwertsteuer. Das ändert sich ja dann auch nochmal zum 1. Juli. Und als Rabattcode, damit wir jetzt nicht was bezahlen, gibt es einen einmaligen Code, den wir jetzt anwenden für diese Demo. Zu dem Rabattcode sage ich Ihnen auch gerne noch ein, zwei Sätze, weil es ist geplant, dass wir jetzt nach der Einführungsphase auch ein Gutschein-System etablieren. Und zwar ist es so, dass ich mich jetzt als landwirtschaftlicher Betrieb anmelde und ich jetzt die Kosten dafür übernehme. Aber es ist perspektivisch ja auch spannend und denkbar, dass eine andere Stakeholdergruppe der Landwirte, wie zum Beispiel Händler, Verarbeiter oder auch Banken, die Analyse übernehmen die Kosten dafür. Entweder vollständig, dann besteht die Möglichkeit, dass der Betrieb einen Gutschein-Code von diesem erhält und hundertprozentig einen Rabatt bekommt und nichts dafür zahlen muss. Oder auch, dass die Möglichkeit besteht, die Kosten für die Analyse paritätisch aufzuteilen, dass ein Verarbeiter und Landwirt sich hälftig aufteilen, in diesem Fall jeweils 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren und natürlich das formale Datenschutzerklärung, wie wir mit den Daten umgehen. Wir müssen sie ja verarbeiten, um die Auswertung durchführen zu können und auch die Auflistung der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wie geht es jetzt weiter? Normalerweise, wenn jetzt auch eine Gebühr fällig ist, wird man zum Zahlungsdienstleister weitergeleitet. Aber jetzt auch habe ich einen Gutschein eingelöst. So werden die vollständigen Kosten übernommen und dieses Fenster übersprungen. Und ich werde jetzt direkt zu dem Erfassungsformular weitergeleitet. Das ist das Erfassungsformular, wo die sämtliche Daten, die für die Betriebszweige dieses Betriebes notwendig sind, erfasst werden. Ich beginne jetzt nochmal, dass ich sage, es ist das Kalenderjahr 2019, für den wir die Daten erheben und bewerten. Und hier sind sonst auch die Daten, die ich gerade eben eingetragen habe, drin. Und jetzt möchte ich das an meinem Kollegen Erik Weibe übergeben. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, die Funktion speichern und später fortfahren. Weil es werden Sie auch gleich sehen, da werden viele Detailfragen auch gestellt. Es kann ja auch mal sein, dass einige Fragen nicht direkt beantwortbar sind, sodass man kurz recherchieren muss oder einen Kollegen fragen muss. Und in diesem Fall ist es jetzt auch möglich, dass ich diesen Link entweder direkt an meinen Kollegen schicke, beziehungsweise hier seine Mailadresse angebe. Und so wird Ihnen dieser Link geschickt und mein Kollege kann damit fortfahren. Das probieren wir jetzt aus. Jetzt müsste der Kollege Erik Weibe eine Mail bekommen haben. Und wenn er soweit ist, wird er auch den Bildschirm teilen. Danke für die Überleitung, Jonas. Und guten Tag auch von meiner Seite. Sieht man das? Okay, Jonas hebt den Daumen hoch, dann können wir starten. Genau, wir sind im Kern der Regional- und Nachhaltigkeitsanalyse im Eingabeformular. Mein Kollege hat eben die Daten zum Start schon eingetragen und wir gehen jetzt direkt in die für die Bewertung relevanten Daten. Zunächst werden wir mal abgefragt, die Betriebsfläche in Hektar. Wir haben uns schon mal einen fiktiven Betrieb überlegt, mit dem wir die Analyse heute ausfüllen. Deswegen, wenn ich ins Feld reinklicke, zeigt es mir ja schon mal die Daten an. 100 Hektar bei unserem fiktiven Beispielbetrieb und 10 fest Angestellte. Es kommt unter Umständen vor ein Formular, dass manche Fragen nicht direkt klar sind. Und für die Fälle haben wir hier solche Flächen eingerichtet. Man kann mit dem Mauszeiger über das I oder hier über ein Fragezeichen drüberfahren und dann gibt es eine genauere Erklärung zu der jeweiligen Frage, sodass das komplette Formular eigentlich unfallfrei auszufüllen sein sollte. Wir werden dann im nächsten Schritt gefragt, welche Betriebszweige unser landwirtschaftlicher Betrieb hat. Wir werden jetzt einen Ackerbaubetrieb mit Gemüsebau, Tierhaltung, Grünlandbewirtschaftung und wir haben noch einen Hofladen, also direkt vom Markt. Wie man hier sieht, sobald ich Tierhaltung auswähle, geht schon das nächste Fenster auf und ich werde gefragt, welche Nutztierarten ich in meinem Betrieb halte. So garantieren wir das kein Betriebsleiter, beziehungsweise derjenige, der die Analyse durchführt, Dinge gefragt wird, die für seinen Betrieb gar nicht relevant sind. Das heißt, das Formular denkt mit und ist im gewissen Sinn so Zeitsparen wie möglich. Wir nehmen jetzt beispielhaft einen Milchviehbetrieb. Umsatz und Währung hat mein Kollege eben schon angegeben und bei den Betriebsinformationen fehlt noch die Ackerfläche. Wir nehmen 50 Hektar. Wir klicken dann hier auf Weiter und werden auf die nächste Seite geleitet. Kategorie 1 Bodenfruchtbarkeit. Hier oben in dem Bereich sehen Sie alle Kategorien, die wir insgesamt abfragen. Das sind zehn Stück von Bodenfruchtbarkeit bis zur regionalen Vernetzung. Wir werden jetzt heute aus Zeitgründen und nicht alle zehn Kategorien durchgehen. Wir haben fünf Kategorien uns ausgesucht, die in dem Rahmen heute unserer Ansicht nach am spannendsten sind. Und ja, ich starte mit der Bodenfruchtbarkeit. Gesamter Stickstoffeintrag. Das komplette Formular WC zieht immer auf den Bewertungszeitraum, den wir vorhin ausgewählt haben. Und in dem Kalenderjahr 2019, das mein Kollege ausgesucht hat, haben wir 11.000 Kilogramm rein in Stickstoff. Keinen synthetischen Dünger. 5.000 Kilogramm durch Kompost. Und 3.800 Kilogramm durch Legogenosen. Bei uns zählt Kleegras hier nicht zu den Legogenosen. Der Fall Kleegras kommt gleich noch. Fläche mit Zwischenfruchtbepflanzung. Gibt es einmal Fläche in Hektar, die für drei oder vier Monate am Stück mit Zwischenfrucht bepflanzt war. Und einmal Fläche, die für mehr als vier Monate am Stück bepflanzt war. Jeweils wieder ein Hektar beides. Fläche mit reduzierter Bodenbearbeitung. Werde ich mal keine aus. Reduzierte Bodenbearbeitung bedeutet in unserem Kontext, dass eine Fläche, die einmal oder öfter gepflügt wurde, schon nicht mehr als reduziert bearbeitet gilt. Und zu guter Letzt bei der Bodenfruchtbarkeit. Wir haben gefragt, wie viele Kulturen eine Fruchtfolge bei uns durchschnittlich enthielt. Ich bestätige das wieder mit weiter und werde zur Kategorie 2 Biodiversität weitergeleitet. Die füllen wir jetzt auch noch aus. Blühflächen, wir hatten 0,3 Hektar bei unserem Betrieb, die während der Vegetationszeit mindestens vier Monate mit Blühpflanzen bepflanzt war. Wir hatten 5000 Quadratmeter in dem Fall. Achtung, Hecken und Baumreihen. Und Biodiversitätsflächen, wie beispielsweise Kleingewässer, ungenutzte Flächen, Streuobstwiesen, solche Dinge, Moore zum Beispiel, die für die Biodiversität wertvoll sind. Und deswegen 5,8 Hektar bei unserem Betrieb eingetragen werden. Vielfalt im Akkurbau. Haben wir jetzt mal zwei. Hier zählt das Kleegras dazu. Das heißt, wir könnten beispielhaft Mais oder auch Sommerweizen und Kleegras anbauen. Und kommen so auf unsere zwei Kulturen. Im Gemüsebau hatten wir fünf Kulturen und zehn Sorten. Eine nutzt hier auch, das ist das Milchvieh, das wir am Anfang schon ausgewählt hatten. Wir werden jetzt gefragt, Samenfeste und hybride Sorten. Ich sage mal, eine unserer zehn Gemüsesorten war Samenfeste und die übrigen neun waren hybrid. Wie viele haben wir selber vermehrt? Keine bei unserem Betrieb. Thema Pflanzenschutz. Wir werden gefragt, wie viel Hektar wurden überhaupt gar nicht behandelt. Ich sage mal, die Hälfte unserer 100 Hektar Betriebsfläche und die übrigen 50 Hektar mit biologischen Pflanzenschutzmitteln. Synthetische kamen übrigens keine zum Einsatz. Und Einsatz von Nützlingen. Wie viele Arten von Nützlingen haben wir eingesetzt? Zum Beispiel Schwebfliegen im Gemüsebau oder die Haltung von Laufenten. Die zwei nehmen wir jetzt auch mal an für unseren Betrieb. Es wird bei uns kein Zuchtbulle zur natürlichen Befruchtung gehalten. Und wir haben 50 Hektar Grünland. Also Sie erinnern sich, ich hatte 100 Hektar Betriebsfläche eingegeben, 50 Hektar Ackerfläche und die übrigen 50 Hektar sind jetzt Grünland. Wir werden gefragt, wie im Grünland und im Dauergrünland gedüngt wird. Bei uns einmal durch Viehbesatz und Komposch, das heißt zusätzlicher organischer Dünger, auf synthetischen Dünger haben wir verzichtet. Wie viele Schnitte wurden im Grünland durchgeführt? Ich nehme hier mal zwei. Dann die Frage, wie groß die Fläche, die mit Messerbalken gemäht wurden von unseren 50 Hektar Grünland. Gehen wir mal um die 15. Und zum Abschluss bei der Biodiversität die Frage, wie groß die Fläche, die unter naturschutzbezogener Bewirtschaftung bewirtschaftet wurde, hatten wir jetzt keine. Beispielsweise Landschaftspflegerichtlinien oder Faktflächen bei uns in Baden-Württemberg. Aber er hat jedes Bundesland und auch im Ausland, jede Region, eigene Bezeichnungen. Bestätigen wir wieder mit weiter und würden jetzt zur Kategorie 3 Klima befragt. Aber wie ich schon angekündigt habe, werden wir nicht alles durchmachen. Deswegen springe ich mal weiter zur Kategorie Wissensbildung, damit wir noch was aus der Dimension Soziales haben. Wir werden dann hier direkt gefragt, wie viele Praktikantenwochen es bei uns im Betrieb gab. Ich gehe mal von 20 aus. Und wie viele Auszubildende hatte unser Betrieb. Wir hatten eine. Externe Fortbildungen, sowohl für den Betriebsleiter, die Betriebsleiterin, wie auch für die Angestellten. Nehmen wir mal 300 in dem kompletten Kalenderjahr 2019. Betrieb in der Gesellschaft. Wie viele Projekte unser Betrieb zum gesellschaftlichen Engagement durchgeführt hat. Da wird der Begriff vielleicht nicht direkt klar. Deswegen gibt es hier ein Infokästchen. Projekte, die hier reinzahlen, sind Hof, Feste und Hofführungen. Oder wenn eine Schulklasse vorbeikommt, wenn eine Studierendengruppe vorbeikommt. Das sind so klassische Projekte, mit denen man nach unserer Definition zum gesellschaftlichen Engagement beiträgt. Hatten wir jetzt zwei. Und wir haben an einem Forschungsprojekt teilgenommen. Ich bestätige wieder mit weiter. Und hier würde jetzt nach Arbeitsqualität gefragt. Auch das überspringen wir und gehen direkt zur wirtschaftlichen Resilienz weiter. Ich glaube, ein sehr spannendes Thema. Gerade jetzt hat Christian Hiss schon die aktuellen Übungen angesprochen. Und auch die Corona-Krise hat den Begriff Resilienz nochmal deutlich in den Vordergrund gerückt. Wir haben eine extra, schon vor Corona, eine extra Kategorie wirtschaftliche Resilienz entwickelt. Weil uns das einfach schon immer wichtig war zu wissen, wie resilient ist der landwirtschaftliche Betrieb eigentlich. Was wir hier abfragen, zum Beispiel, wie hoch der Umsatzanteil der Betriebe ist, Endverbrauch und Einzelhandel. Wie stark ist die größte Einzelkunde beim Umsatz? Nehmen wir mal 40% an für unseren Betrieb. Und das umsatzstärkste Einzelprodukt, wollen wir wissen. Auch nur mal 25%. Wir haben die Analyse getestet, Anfang des Jahres mit Testbetrieben. Und da kam oft die Frage, wie definiert ihr eigentlich Produkt? Wir sagen jetzt, dass es immer zu Kulturen zusammengefasst wird. Das heißt, wenn ich viele verschiedene Tomaten anbaue und die alle frisch verkaufe, wird es als Einzelprodukt Tomate zusammengenommen. Wenn ich jetzt mit einem Teil meiner Tomaten, zum Beispiel Tomatensauce herstelle und die in meinem Hofladen verkaufe, dann würden die frischen Tomaten und die Tomatensauce als zwei unterschiedliche Produkte gelten, weil da einfach eine unterschiedliche Verarbeitungsstufe herrscht. Unser Eingabeformular hat nicht nur Felder, in die man selber was einträgt, sondern auch Auswahlfelder. Hier wird jetzt gefragt, was wir als Betrieb ist Nachhaltigkeitsmanagement integrieren. Ich sage mal, wir sind zertifiziert nach bestimmten Standards, wir vermeiden Plastik, wir haben Photovoltaik bei uns am Betrieb. Und jetzt kommt es noch vor, dass manche Dinge ich bei meinem Betrieb leichte, die hier gar nicht auswählbar sind. Für den Zweck haben wir das weitere Feld eingerichtet. Da klickt man drauf und dann geht hier eine neue Eingabemaske auf. Ich trage jetzt mal ein, dass wir noch in einem Zertifizierungsgremium aktiv sind. Das kann ich hier angeben und wird dann dementsprechend bei der Bewertung später auch berücksichtigt. Wir sind nicht im Tribunalmarkt zertifiziert, aber wir erhalten, wie es für viele Grünland und nicht viele Betriebe der Falle ist, Kulturlandschaftsmerkmale. Wir bauen alte Sorten und Kulturen an und wir erhalten noch naturraumtypische Artenvielfalt in Grünland. Zum Abschluss eine wichtige Frage. Wie viel Hektar des Betriebes befindet sich eigentlich im Betriebseigentum? Für unseren fiktiven Betrieb sind es 30 Hektar. Ich würde dann die regionale Wertschöpfung noch ausfüllen und das wäre die letzte Kategorie heute. Da geht es vor allem darum, wie viel der Produktionsmittel aus der eigenen Region stammen und selbst produziert werden. Futtermittel produzieren wir 70% selber. Beim regionalen Futter ist jetzt zu beachten, dass hier sowohl das selbstproduzierte wie auch das regional zugekaufte Futter zu berücksichtigen ist, das gilt für alle Produktionsmittel. Und in unserem kompletten Eingabeformular bezieht sich der Begriff regional immer auf den Umkreis von 75 Kilometern rund um die Betriebsstätte, sodass wir für unseren Betrieb auf 85% regionales Futter kommen. Wir haben für drei Sorten Jungpflanzen selbst bezogen und für insgesamt 30 Sorten die Jungpflanzen regional zugekauft. Eigene Stickstoffversorgung 8000 Kilogramm aus der Region 8800, das heißt, ich habe noch 800 Kilo von einem anderen Betrieb aus meiner Region zugekauft. 75% der Verpackungen, die wir verwenden, sind Mehrwegverpackungen und ich klicke auf Weiter. Die letzte Kategorie wäre dann Regionale Vernetzung. Wie angekündigt werden wir die jetzt überspringen. Ich klicke also hier auf Abschluss. Erkläre noch, dass ich alle Daten nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt habe und klicke auf Absenden. Wenn jetzt technisch alles klappt, vielleicht ja, kriege ich eine Fehlermeldung, weil ich nicht alle Felder ausgeführt habe. Das heißt, das Formular denkt doch hier wieder mit und sollte ich irgendwas vergessen haben, dann werde ich hier nochmal in diesem Schritt darauf aufmerksam gemacht. Wir haben die Analyse schon mal ausgeführt, komplett für unseren Beispielbetrieb, damit ich Ihnen auch das Ergebnisdokument zeigen kann, das ich jetzt im nächsten Schritt auch mache. Muss ich hier eine Freigabe machen. Sieht man die Ergebnis-PDF? Jawohl, sehr gut. Das ist also das, was man nach Absenden der Daten umgehend per E-Mail erhält, diese Ergebnis-PDF. Hier das Deckblatt, hier ist nochmal der Betrieb ausgeführt, mit Anschrift, das ausgewählte Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr. Und auf Seite 2 wird es dann spannend, denke ich, das, warum sich die meisten heute hier eingeloggt haben. Hier sieht man, welches Ergebnis auf Grundlage der vorhin eingegebenen Daten zustande kam. Hier oben nochmal aufgeführt, welche Betriebszwege unser Betrieb hat und dann gegliedert nach den drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Regionalökonomie die zehn Kategorien. Die sind jeweils mit den Prozentangaben gelistet. Wie viel Prozent der möglichen Punktzahl habe ich in der jeweiligen Kategorie erreicht und daran angelehnt, auch jeweils eingefärbt. Die Farbskala ist unten erklärt. Wenn ich weniger als 20 Prozent der möglichen Punktzahl erreiche, nicht rot, also nicht nachhaltig, und so steigert sich das orange, gelb, hellgrün bis zu stark nachhaltig, dunkelgrün, wenn ich mehr als 80 Prozent der möglichen Punktzahl erreiche. Wenn man sich jetzt fragt, wie dieses Ergebnis beispielsweise Bodenfruchtbarkeit gelb 42 Prozent zustande kommt, geht es weiter auf Seite 3. Hier sehen Sie wieder die Kategorien und jeweils mit Unterkategorien. Bei der Bodenfruchtbarkeit hatte ich zum Beispiel Stickstoffversorgung 100 Prozent, top, also sehr gut. Gründüngung und Bodenpflege hingegen waren mit 0 Prozent bzw. 25 Prozent nur orange, also nicht besonders gut. Und so zieht sich das über alle 10 Kategorien und noch 36 Unterkategorien. Und für die Unterkategorien, in denen man rot oder orange erzielt, wie Christian Riesmann schon mal erwähnt hatte, gibt es auf den folgenden Seiten dann Empfehlungstexte, wie man ein besseres Ergebnis erreichen kann. Das Ergebnisdokument schließt mit einer Dokumentation der Eingabewerte. Das heißt, Sie können noch mal genau nachschauen, welche Daten habe ich eingegeben, auf welcher Basis erscheint, sind meine Ergebnisse zustande gekommen und können damit gegebenenfalls dann zu uns kommen. Was ich noch sagen möchte, abschließend von meiner Seite, wir arbeiten mit Hochdruck an der Implementierung neuer Kennzahlen und Eingabewerte. Das wird im Laufe der nächsten Woche, wahrscheinlich Ende der Woche, umgesetzt. Und zu den ungefähr 100 Kennzahlen, die wir jetzt schon haben, kommen noch mal 70, 80 hinzu. Das heißt, der Katalog an Kennzahlen wird noch mal deutlich erweitert. Das Ergebnis wird genauer. Und wir haben auch Kennzahlen für Weinbau, Putenmasch und Ziegenhaltung entwickelt. Das heißt, diese drei Betriebszweige können ab nächste Woche, wenn dann die Einführungsphase endet, sich auch mit der Regional- und Nachhaltigkeitsanalyse beenden lassen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Und ich würde noch mal an Christian Hess abgeben. Danke sehr, dass die Folien wieder auftauchen. Hier ist es schon. Es kommen jetzt noch zwei, drei abschließende Worte, bevor wir in die Diskussion gehen können. Für wen ist die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse interessant? Vor allem für Landwirtinnen und Landwirte, die sich einen Überblick verschaffen wollen über das eigene Wirtschaften, über den Stadion 2, vor allem im Hintergrund der Nachhaltigkeit. Auch noch mal eine Unterstützung. Ja, kommt. Für Landwirtinnen und Landwirte, die soziale, ökologische Leistungen gegenüber Kunden, Händlern oder der Bank transparent machen möchten. Wir gehen davon aus, dass das in absehbarer Zeit notwendig wird, auch von Bankseite aus, weil Nachhaltigkeitskriterien bei der Kreditvergabe zukünftig eine Rolle spielen werden. Wir gehen davon aus, dass dieses Thema im Laufe der nächsten 24 Monate ganz akut und aktuell wird. Aber auch für Händlerinnen und Händler und Verarbeiter, die die Nachhaltigkeit in der Lieferkette beurteilen lassen möchten. Also, dass Lebensmittelhändler auch Gewissheit darüber erhalten, jenseits von Zertifikaten, wie nachhaltig, auch wie resonient ihre Lieferkette ist. Banken, habe ich ja eben schon erwähnt, die im Rahmen ihrer Gedientvergabe Nachhaltigkeitsrisiken wissen möchten und das überprüfen möchten. Aber auch für Politik und Verwaltung zur praxisnahen und zukunftsfähigen Gestaltung der Agrarpolitik. Also gerade wie eingangs gesagt, es ist gerade sozusagen die Kommunikation, also zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, da muss noch viel, viel mehr passieren als nur Marketingmaßnahmen, wie wir meinen. Sondern dann muss ein echter Leistungsnachweis kommen, was leistet die Landwirtschaft für Versorgungssicherheit, für die Biodiversität und für den Schutz der Ressourcen. Ich gehe davon aus, dass wir sie überzeugt haben, weil die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse unkompliziert ist in der Durchführung. Sie ist praxisnah, sie ist aus der Praxis entwickelt. Sie ist kein Instrument von einem wissenschaftlichen Institut, sondern von Praktikern mit Wissenschaftlern zusammen entwickelt. Es gibt ein sofortiges Ergebnis, man braucht nicht darauf warten, sondern wenn, sobald, wie Erik gesagt hat, abschließen, wegsenden, kommt, war es ein paar Minuten später oder Sekunden sogar schon, das Ergebnis. Es ist ein Selbstcheck und es ist getestet und geprüft von und mit Experten. Und wie wir meinen, ist es auch wegweisend, das Vorgehen. Zunächst mal mit die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse und dann die nächste Stufe, die wir noch am weiter ausarbeiten sind, die Regionalwert-Nachhaltigkeitsbilanz. Gut, und hier noch sozusagen eine Aufforderung. Füllen Sie jetzt den Selbstcheck als Unterstützung für Ihre Betriebsführung aus? Genau. Es gibt, wie gesagt, Sie können jetzt Fragen stellen, jetzt ist Ihre Zeit. Sie können entweder unten in der Leiste das Frage- und Antwort-Symbol benutzen und die Frage dort reinschicken. Natürlich auch Chatfunktion und Sie können die Hand heben. Wir haben schon eine erste Handmeldung. Die Person würde ich jetzt dran nehmen, mir die Sprecherlaubnis erteilen und dann können Sie sehr gerne Ihre Frage stellen. Jetzt bitte. Sie sind noch stumm geschalten. Könnten Sie bitte noch Ihr Mikrofon anschalten, bitte? Das Mikrofon finden Sie unten links. Ich vermute, es waren versehen. Ich hatte eigentlich keine Handmeldung aktiv geklickt. Gut, aber danke. Gut. Ob man die Folien zugesamt bekommt. Sie finden alle Informationen dazu auch auf unserer Homepage. Das heißt, Sie können sehr gerne auf unserer Homepage danach lesen, was Sie noch wissen wollen darüber hinaus. Ansonsten, Sie können uns natürlich auch telefonisch kontaktieren. Das ist gar kein Problem. Wir sind immer für Sie erreichbar. Das ist ja aufgezeichnet worden jetzt, oder? Wir zeichnen auf und auch das könnte man verlinken, oder? Ja. Noch mal ansehen. Jetzt haben wir noch mal eine weitere Handmeldung. Ich werde Ihnen jetzt die Sprecherlaubnis erteilen. So, auch Sie müssen noch Ihre Stummschaltung bitte aufheben, unten links. Und dann können wir Sie auch verstehen. Alles klar. Hallo, kann man mich hören? Ja. Ja. Perfekt. Ich hätte noch eine Frage, ob Sie die Schaf- und Stiegenhaltung irgendwie noch mit reinnehmen möchten. Ja. Die Frage passt sehr gut. Ja, also Christian Hiss hat ja gerade schon erwähnt, dass mit Ende der Einführungsphase werden wir einige Kennzahlen implementieren. Wir implementieren aber auch neue Betriebszweige und die Schafhaltung leider nicht, aber die Ziegenhaltung wird implementiert. Genau. Das heißt, ab Anfang Juli, sage ich mal, werden auch Ziegenhaltungsbetriebe sich bewerten lassen können. Genauso wie übrigens auch Weinbaubetriebe und auch die Putenmasch kommt neu dazu. Warum die Schafhaltung nicht? Ja, wir haben uns einfach so erst mal entschieden. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es immer sehr viel Aufwand ist, Kennzahlen wissenschaftlich fundiert so zu entwickeln, dass wir sie guten Gewissens online nehmen können. Und da, sage ich ganz offen, hat es zum Beispiel die Ziegenhaltung für uns vor Schafhaltung. Aber wir schließen Schafhaltung nicht per se aus. Also es wird perspektivisch für uns natürlich eine Option bleiben. Dann hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar, ich habe mich jetzt schon öfters mit RISE und SMART auseinandergesetzt, die zwei Bewertungstools. Für mich sieht Ihr Tool gerade aus, als wäre es im Prinzip eine vereinfachte, schnell durchzuführende Variation von beiden. Haben Sie sich mit den beiden auseinandergesetzt? Und was sind so die Vorteile, die Sie gegenüber den beiden Tools sehen? Danke, Christian. Also wir haben uns anfänglich schon auch damit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt nicht sozusagen darauf aufgebaut. Jetzt gegenüber SMART würde ich sagen, dass die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse einerseits schneller durchführbar ist. Wir gehen nicht auf den Betrieb und ich würde mal sagen, wir haben mehr, einen breiteren Überblick, auch über Regionalökonomie und Soziales. SMART geht eher Richtung Produkt und dann zum Betrieb. Wir gehen weniger auf das Produkt ein, sondern auf den Betrieb. Auch den Betrieb beziehen einiges an Sozialem mit ein. Und wir gehen, ich sage es mal so, ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden mit SMART über die letzten zwei Jahre, aber wir haben mehr harte Fakten, sage ich mal. Also der SMART hat mehr weiche Faktoren und lässt auch mehr Spielraum für Interpretationen des Ausführenden. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht ganz mehr drin. Wir hatten jetzt ein Treffen vereinbart für nächste Woche mit den Leuten von FIBL beziehungsweise von SFS, von Sustainable Food Services mit Moritz. Und wir mussten aber einen Termin absagen, weil wir aus Termingründen, aber wir wollten uns demnächst mal zusammensetzen und vergleichen. Dann könnte ich mehr dazu sagen. Und könnten Sie noch was zu RISE sagen? Nein, RISE haben wir nicht beachtet. Okay. Nein. Ja, ist klar. Okay. Ja, vielen Dank. Gerne. Es gibt eine Frage bei dem Stickstoffeintrag. Wird hier differenziert zwischen Freiland und geschütztem Anbau? Machen wir bisher nicht? Nein. Wie Erik schon gesagt hat, also auch im Zusammenhang mit den Schafen, selbstverständlich wissen wir, dass wir die Analyse ins Unendliche treiben könnten, in die Detailliertheit. Aber ich muss als Geschäftsführer offen gestehen, wir müssen sozusagen jetzt auch mal raus und aus der Entwicklungsarbeit in die Praxis und in die Umsetzung. Und das kann gut sein. Das schließt auch die nächste Frage an. Wo sehen Sie weitere Entwicklungsfaden der Analyse? Ergänzende Kategorien. Also das Tool und das Prinzip, das Konzept und das Tool, das lässt zu, auch von der Technik her, Jonas, das lässt zu, dass man noch viel, viel differenzierter reingehen kann. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass es auch passieren wird in den nächsten Jahren. Die Frage ist immer, wie gerade eben schon gesagt, wann geht man mal raus? Wann geht man in die Praxis und wendet mal an? Und mit der Anwendung, mit jeder Anwendung, bekommt man dann auch wieder mehr Daten mit Information, Kritik. Aber wir haben gesagt, jetzt zum Frühjahr 2020, jetzt sind wir so weit, dass wir einfach auch mal raus können und in die Anwendung können. Und dann werden wir auch in regelmäßigen Abständen die Analyse, das Tool, die Fragerei und so weiter verfeinern. und detaillierter machen und in die Zukunft hinein. Vielleicht das zu dieser Frage. Dann Ja, Timo, danke für deine Frage. Richtig, also Bodenwertigkeiten zum Beispiel fragen wir nicht ab. Also uns geht es darum zu bewerten, was jeder einzelne Betrieb bei sich leistet, sprich welchen Aufwand der Betrieb betreibt und nicht welches Ergebnis dabei rauskommt. Weil zum Beispiel ein Klassiker bei der Bewertung wäre ja auch Humusaufbau. Und wir haben uns aber mit Absicht gegen solche Möglichkeiten entschieden, weil ein Betrieb, der sehr fruchtbare Böden hat, wie das Börns hier am Kaiserstuhl zum Beispiel, der Fall ist, der hat es ja viel leichter, eine gewisse Menge Humus aufzubauen, als ein Betrieb, der an einem sehr ungünstigen Standort steht. Deswegen fragen wir ja nicht nach konkreten Ergebnissen, wie viel Humus hast du aufgebaut, sondern wir fragen, welchen Aufwand hast du betrieben, um Humus aufzubauen. Dadurch wollen wir eine größere Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit des Ergebnisses auf unterschiedliche Beziehungen erreichen. Die Frage ist, gibt es irgendeine Verknüpfung zur Gemeinwohlbilanz? Ja, auf der Ebene der Leistungsfaktoren, der Indikatoren kann man eine gewisse Verknüpfung erkennen. Aber wir werden das oft gefragt, aber ich muss da sozusagen als Initiator sagen, der auch Christian Ferber kennt und schon auch 2010 zum ersten Mal mich mit Christian Ferber getroffen habe. Die Unterscheidung zur Gemeinwohlbilanz ist bei uns ganz klar nach innen auf dem Betrieb und nicht im Hinblick auf die Leistung für das Gemeinwohl. Man könnte jetzt hingehen und einige Leistungsfaktoren sicher auch sozusagen dem Gemeinwohl zurechnen, aber das ist nicht unser Ansatz. Und da gibt es ja auch schon die Gemeinwohlbilanz, die ist ja hervorragend, die nimmt das Gemeinwohl in den Blick und wir nehmen aber ganz klar den Betrieb in den Blick. Also insofern unterscheiden wir uns, aber letztendlich gibt es selbstverständliche Verknüpfungen, Überschneidungen und vor allem in der Intention, die Wirtschaftsbetriebe nochmal ganz anders zu betrachten und auszurechten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Frage nach dem Einführungspreis, wie soll der letztendlich der Preis aussehen, der wird geringfügig höher sein, so um die, was haben wir, 30% höher. Ja, die zwei bleiben vorne stehen. Ja. Und es bleibt gleich stehen. Gut, weitere Fragen? Hier gibt es noch eine Handhebung. Ich erlaube Ihnen jetzt, oder ich erteile Ihnen jetzt die Sprecherlaubnis. Bitte schalten Sie auch Ihr Mikro an. Gut. Ja. Hallo, Christian. Hi. Ich wollte nochmal fragen, ob ihr noch ein paar Worte sagen könnt, zum Thema Arbeitsqualität und soziale Gerechtigkeit, also zu den sozialen Kriterien, die auch erhoben werden, was da im Hintergrund für Messlatten, für Messkriterien, also für welche Messkriterien ihr euch da entschieden habt. Macht's. Erik. Ja, Arbeitsqualität, ich verstehe die Frage, weil es ist natürlich immer sehr schwer zu messen. Wir haben jetzt zum Beispiel so Dinge wie vielfältige Arbeit, vielfältige Arbeit, das heißt, werden die Mitarbeiter ausschließlich in einer Kultur und auch ausschließlich für einen Arbeitsschritt, zum Beispiel Ernte, eingesetzt? Oder haben Sie einigen für die verschiedenen Tätigungsbereiche, weil wir zum Beispiel sagen, die Qualität der Arbeit steigt, wenn ich nicht monoton über das Gleiche mache, sondern über den Zeitraum verteilt, unterschiedliche Sachen. Wir fragen dann auch noch so Sachen wie Mitbestimmung ab, also haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich im Betrieb einzubringen, auch in die langfristige Weiterentwicklung des Betriebes. Haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Da möchte ich dazu sagen, dass es da nicht darum geht, heute komme ich um neun und morgen komme ich um acht und übermorgen gar nicht. Das ist natürlich in den Landwirtschaft schwer möglich. Da geht es uns eher darum, kann ich im Sommer mehr Stunden arbeiten und die dafür im Winter ausgleichen, wenn es weniger Arbeitsplätze gibt. Ansonsten kann ich da auch wieder darauf verweisen, aufs Ende der Einführungsphase. Wir haben in Workshops, unter anderem im Rheinland mit der RegionalWert AG, dort auch noch einige Kennzahlen entwickeln, speziell zur Arbeitsqualität, die da dazukommen. Das kann natürlich dann auch Arbeitsschützen, solche Dinge. So viel vielleicht zur Arbeitsqualität. Dankeschön. Gerne. Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen? Wenn nein, dann würden wir Feierabend machen. Und du uns herzlich bedanken. Isabella, dein Part. Genau. Ja, genau. Also Christian Hiss hat es ja schon vorweggenommen. Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme an diesem Webinar. Falls Sie noch Kollegen oder andere Interessierte kennen, die auch noch Interesse an dem Webinar haben, wir haben noch zwei weitere Termine. Ende des Monats. Sie finden die Anmeldedaten auf unserer Website oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns über weitere zahlreiche Teilnehmer und wünschen Ihnen dann, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr gerade noch reintrudeln, noch einen schönen Abend. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.